Als Sarah am Samstag bei Deutschland sucht den Superstar einen Texthänger hatte, dachte wahrscheinlich die halbe Nation, wieso kann die das nicht auswendig, die hat doch sonst nichts Besseres zu tun. Irrtum. Die Wochentage der Kandidaten sind so vollgepackt und durchgeplant, dass oft nur die Nächte zum Textlernen bleiben. Was alles wie eng auf dem Terminkalender steht, zeigt Ihnen jetzt Sandra Gröll. Es ging um den Einzug ins Finale am letzten Samstag bei DSDS.